Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Adventure Maps. Oh mein Gott, wie lange habe ich das bitte nicht mehr gesagt? Ja, wir hatten einfach mal spontan Lust, jetzt eigentlich so seit Ewigkeiten, wo wir nicht mehr gespielt haben, hatten wir mal Lust, Adventure Maps zu spielen. Und Alex, weiß wie die heißt? Ja, das habe ich mal eine neue ausgesucht, die war ziemlich aktuell, soll ziemlich neu sein, für 1.5 und dann aufwärts ist sie, heißt nämlich Epic Butter, also Butter, Butter Jump Map, made by Xolk 2. Genau, und wir spielen hier auf der 1.6 und deswegen kein Text-R-Pack, kein gar nichts, wir haben noch keine Ahnung, wie das alles geht, dieser neue Launcher ist auf jeden Fall voll komisch. Und ja, keine Ahnung, wir gucken jetzt einfach mal so, Alex und ich. In der Beschreibung habe ich gesehen, hier soll es angeblich mehrere Levels geben, also so Challenges, und dort sollen wir so Levels, so Schalter sammeln, um den nächsten Level freizuschalten. Mehr weiß ich nicht darüber, mal gucken, aber wir lesen euch einfach mal hier. Okay, deswegen machen sie YouTube-Videos. Also ich schätze mal quasi so, wenn wir alle Dinger haben, kommen wir in den Final Raum oder sowas erst rein. Genau, und sie machen YouTube-Videos, und wenn wir aufnehmen, das tun wir, sollen wir den Bescheid geben auf Gamers Unlimited YouTube. Irgendwie kann ich nicht die Gamers Unlimited. Echt? Ich nicht. Bisschen unerleicht. Make sure you enabled comment blocks, habe ich eigentlich, hat aber eben nicht geklappt. Hast du angemacht jetzt? Warte, Rules? LOL, doch funktioniert. Don't break any blocks, only place levels. You can place TNT only at specific spots. Play on survival, play on peaceful, don't cheat. Äh, play on survival, play on peaceful, okay. Äh, fuck, so, da mach ich den Chat auf. Play on survival, play on peaceful, don't cheat. There are two easter egg rooms, if found, don't spoil it to others. Make sure animals and villagers spawn have fun. Äh, egal. Ich mach eine kurze Aufnahmeunterbrechung, wir gucken mal nach, ob das so auch so alles ist, bis gleich. Jo, alles passt. Wir mussten nichts verändern. Difficulty? Spawnpoint. Peaceful. Na? Spawnpoint. Okay. Ah ja, jetzt sind wir hier. Perfekt. Sehr schön. Level 4, 5, links, da hinten muss eins sein. Was ist das hier? Das sind höhere Level. Level 6 easter egg room, okay. Das will ich aber nicht angucken. Das will ich aber nicht angucken. Nein, äh, toll wo, nein! Warum ist das schon offen? Weil easter egg und so wahrscheinlich irgendwie... Okay, Level 1, gucken wir mal. Boah, ich hoffe mal, ich schaffe überhaupt noch die Tasten hier auf die Reihe. Food set spawn, äh, ja, set spawn. Gut. Ah ja, okay, das heißt wir haben ein paar Versuche frei. Leave some room in your inventory for the level. Dann fangen wir mal an, ne? Ja, wollte ich auch sagen, ne? So, ob ich das überhaupt noch alles kann hier, ne? Die ganzen Schuhe drüge, muss ich erst mal... Deswegen ist es zum Glück einfach am Anfang, für uns Noobs. Ja, auch einfacher, äh, für uns Noobs. Wenn wir dann endlich wieder Pros sind, dann können wir auch zum Final Level. Oh, lord. Okay, hier ist ein Checkpoint, ich warte aber erst mal auf dich, ne? Achso, okay, ja, ja. Ja, hier sind ein Checkpoint, das wird mal eingebaut. Aber ich sehe da hinten... Achso, das heißt wir haben jetzt übrigens auch... Wir haben jetzt übrigens auch noch... Auch noch keine Regeln, das heißt theoretisch könnten wir jetzt sagen... Wir machen jetzt Trollmode Activate oder so, aber ne, muss ich nicht rein, erst mal so ein bisschen einspielen. Ja, wir sind ja auch schon Zweit und so, also wir haben ja auch richtig lange nicht mehr gemacht. Ja, mal gucken, ob vielleicht... Vielleicht kriegen wir auch noch unsere dritte mysteriöse Person, die hin und wieder online ist, dazu auch mal mitzumachen. Ähm... So, leider, okay. Ja, müssen wir mal gucken, ob Marc vielleicht irgendwann mal wieder Lust hat mitzumachen. Ich hoffe, der hat auch mal wieder Lust, weil das ist eigentlich voll geil. Adventure Maps sind schon... Oh Gott! Aha, runtergefallen. Noob. Kannst gar nichts. Ich bin ja eben zum Glück... Sag dir der vorhin auch mal mal... Ich wollte gerade sagen, ich bin ja zum Glück noch nicht runtergefallen und so. Sag mal, äh, kriege ich überhaupt Fallschaden hier? Äh, hier unten ist doch Wasser, oder? Nein, ich meine generell. Alter, was ist das denn wieder jetzt? Und ich würde sagen, wir warten an den Checkpoints immer auf den anderen, oder? Ja, aber in der nächsten kann man ja über irgendwas reden oder so, weißt du? Die Zeit ist ja noch da. Ja, ähm, Projekte. Also, bei mir ist ja jetzt gerade Alan Wake am Laufen und Mark of the Ninja ist bei mir schon fertig aufgenommen, aber er ist so ungefähr zur Hälfte hochgeladen, glaube ich. Ähm, und ja, mal gucken, was ich danach so mache. Habe ich eigentlich noch keine Vorstellung. Äh, ansonsten, DayZ erstmal pausiert, spiele ich noch hin und wieder, aber eigentlich keine Lust mehr so aufzunehmen. Und ja, keine Ahnung. Ach, du bist auch da, sehr schön. Jo. Können wir jetzt aufhören. Was ist, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Absorption, was ist das denn? Das sind zwei Herzen. Hast du die auch, wenn du so ein Dingens isst? Ja. Ja, Absorption ist so eine Art Schild, würde ich sagen. Extra so zwei Herzen. Alter, das ist Alter, ohne Witz diese komischen Blubberblasen, da habe ich gerade voll verwirrt. Blubberblasen, blub. Ja, ist so, oh mein Gott, ne, ich esse die nicht, wenn ich sie nicht brauche. Jetzt hier hin, oder? LOL, wie soll die das denn jetzt gehen? Das würde ich jetzt gerne wissen. Weißt du, da ist so ein Leiter, oder muss man sich irgendwas... Hä? Wie macht man denn den allerersten Sprung? Den kriege ich ja schon nicht hin. Habe ich gesehen, also, das habe ich gesehen, ja, mein Freund. Das wirst du später noch freuen. Irgendwann noch in deinem Leben. Was denn? LOL. Alter, ich habe den zugemacht, wie konntest du doch auch durch? Mach den mal auf, mach den mal auf, bitte. Ich weiß nicht, vielleicht sollt ich. Soll ich? Warte, kann ich da durchboxen? Nein, lass mich, lass mich bitte. Ja, okay, 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 okay. Alter, ich komme noch nicht raus. Doch, jetzt komme ich raus. Weißt du, der Sprung hier? Ja, wie mache ich den? Ja, macht er den einfach nochmal, ne? Ja, wieso, wieso der denn jetzt gehen hier? Achso, muss man vielleicht so... Okay. Hauptsache, krass. Alter, Alex, das ist jetzt der dritte Versuch und ich packe es nicht. Was ist denn da der Trick? Äh, immer so schön in den letzten Moment und so, kennst du? Gratz on your first level, back to main hall. Achso, ich habe einen Lever gefunden. Okay, ich fahr da mal noch. Alter, ich krieg den nicht hin. Ich bin gerade voll am rumloomen. Unglaublich. Oh. Ja, du freust dich hier auch noch. Na, da. So, jetzt schön im... Ja. Achso, nee, jetzt. Ah ja, geht doch. Einfach nur laufen, ne? Ja, einfach nur dran sprinten und dann sofort Shift drücken. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt hier musst du ein bisschen so tricky, ne? Und... Geschafft. Ja, und dann hast du... Wo bist du? Hier. Dann schaffst du es bis hierhin. Du hast dann hier den Lever, den habe ich jetzt hier. Oh ja, passt schon. Da kannst du wieder zurück zur Main-Halle. Weil nicht. Ah! Du bist ja egal. Dann laufe ich jetzt einfach zurück zur Back-Halle. Ich glaube, wenn du jetzt gestoppt bist. Egal. Ja, diese Teleport-Dinger funktionieren irgendwie nicht. Keine Ahnung. Halt, halt, halt. Wo sollen wir denn hin tun? Hier. Level 2. Ah ja, okay. Okay. Blaz-Level ist irgendwo hier. We cry it ein. Okay, we cry it. Might be a bit more dangerous. Oh nein. Spawn setzen. Aber sowas von. Okay. Warte. Jetzt kommt der Skiller. Okay, habe ich wieder Tag gemacht. Sieht mir... Hey, ist doch überhaupt nicht Tag geworden. Loll. Loll. Aber dafür sind die Sprünge einfacher, oder? Rocket Jump? Was ist denn Rocket Jump? Ohlolol. Was ist denn Rocket Jump? Hast du nochmal ausprobiert? Äh, Raketen. Raketensprung. Sowas wie, was Tristana macht. Ja, jetzt muss er das gerade mit LOL vergleichen. Ja, ist so. Das heißt doch so. Äh, ja, du musst da TT. Warte. Don't use TNT for anything else, please. The Rocket Jump plays 4 TNT and stand in the middle block. Aber ja, das war eigentlich easy. Warte. Alex, ich mach das für dich. Und du musst dich in die Mitte stellen und dann den Knopf drücken. Warte, ich mach das. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Loll, wie es mich runtergehauen hat. Wie es mich runtergehauen hat. Ich hätte da nicht stehen sollen. Aber es funktioniert. Viele aus der Welt. Ja. Das Problem ist, dass ich da gechillt hab. Ah, das. Achso, ich hab ja mein Gear behalten. Äh, mein Inventar. Alter, ich verstehe gleich jetzt Minecraft ständig mit irgendwelchen anderen Spielen. Ich hab's aber auch geschafft, Counter-Strike mit, äh. Aber das funktioniert wirklich. Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Loll. Das ist schon an. Ich würde jetzt ganz schnell da reingehen. What the fuck? Ich hätte diesen Dings erstmal ausmachen müssen. Diesen, äh, Schalter. Ach Gott, an was man alles denken muss hier. Das steht da aber auch nicht. Steht nicht in der Betriebsanleitung. Okay, Betriebsanleitung. In den AGBs. Ja, ja, aber bis jetzt. Erster Eindruck, so. Ganz okay. Bisschen innovativ, finde ich. Also so, mal was anderes halt, ne? Der, äh. Nein! Einfach nur so. Okay, mit TNT in der Hand. Nicht rechts klicken. Äh, ist das Ding jetzt am Arsch? Okay, da muss ich jetzt leider. Oh fuck. Ja, das ist irgendwie. Oh mein Gott. Wenn ich wüsste, wie das war. Warte, Goldblock. Ich hab keine Ahnung. Ich wette, ich hab irgendwas mit Redstone übelst kaputt gemacht. So. Hier war jetzt diese Redstone-Verbindung. Moment, Redstone. Was war'n das? Ich hab keine Ahnung. Hier war'n Schalter. Hier war der Schalter. Geh mal weg. Oh Gott, ich schaffe echt alles kaputt zu machen, oder? Ach. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich weiß nicht, wie das war. Warte. Das Schild war da, aber nicht, oder? Ist doch egal, das Schild stört auch nicht. Drück' mal. Leute, du hast eins nicht aktiviert. Das ist aber trotzdem geschafft. Willst du mich verarschen? Hä? Ich steh immer noch hier. Wir sind immer noch nach oben geflogen. Warte, warte. Nein, bist du des Wahnsinns? Sekunde. Wir müssen das jetzt irgendwie komplett reparieren. Mach' mal hier Redstone hin. Wo das Schild war. Okay, warte, warte, warte. Oh mein Gott, wie ich alles kaputt gemacht hab. So, jetzt funktioniert das aber. Drück' mal. Hoffen wir es. Okay, drei, zwei, eins. Nein. Tu's nicht. Alex. Du hast aber auch keine Verbindung zur zweiten Hälfte, oder? Nee, warte, ich probier's jetzt aber aus, warte. Oh man. Wir machen alles kaputt hier. Mach's jetzt einfach. Mit wir mein ich mich, aber Alex ist damit einbezogen. Oh Gott. Aber es funktioniert jetzt. Ich hab jetzt alles aktiviert. Raus. Jetzt platziere das Ding rein. Warte, ich mach, ich mach, ich mach. Okay. Wird funktionieren, okay. Go. Wow. Alter. Es hat funktioniert. Okay, damit sind wir wieder im Spiel. Alter. Checkpoint. Checkpoint. Okay, da rüber. Ja, nicht so schwer. Safest way is over it. Rüber. Ja, wir haben ne DIA-Rüstung von daher. Ich chill das rum. So, aber man kann doch da eigentlich links drum herum, oder? Safest way is over it. Aber man kann doch hier auf den link da, hier. Also von rechts nach. Aber du, es kann sein, dass du in die Lava kommst, und ich das dann irgendwie... Na, okay, gut. War jetzt wirklich nicht schwer. Was war mal hier? Ich geh da runter, an die Leiter irgendwie. Ja, Sekunde. Ist da irgendwas? Jo, zwei Schalter. Dann war's das, oder was? Back to spawn. Funktioniert nicht. Äh. Scheiße. EIN BLOCK, ALTER. Oh, fuck, jetzt bin ich hier oben. Nochmal, zeig, dass du Skill hast. Zeig, dass du's kannst. Na, komm. Das war jetzt aber wirklich... eng. Du warst, äh, sehr, sehr haschhaft dran. Oh, jetzt kommt er wieder. Mein Gott, jetzt komm ich ja nicht mehr zurück. Ich will doch nur zurück. Wie bist denn du da runtergekommen? Ich bin doch auch immer noch auf den Splock hier gesprungen. Au. Alla. Hat gar nicht weh getan. Du hast die Schalter, warte mal, hier ist... DOLF! Diese, diese Äpfel hier sind mit Fire Resistance und sowas gewesen. Äh, Levers Required 2. Geh mal den einen hin. Ja, wohin tu ich die? Ach, da. Ja, hier links. Nein, noch nicht da. Nein! Du musst dich an die Tür setzen. Die Tür muss aufgehen. Ja, da. Du musst dich an die Tür setzen.